Als der Schweizer Viktor Frankenstein seine Studien an der berühmten Universität in Ingolstadt aufnimmt, benötigt er schon bald einen Gehilfen, der ihm dienstbar zur Hand geht. Da der Diener Konrad bereits Viktors Dienste verlassen hat, wird nun eine angesehene und gut bezahlte Stelle ausgeschrieben. Könnt ihr mit dem nötigen Wissen und Erfahrungsschatz aufwarten? Der Diener Konrad Escape Room Frankenstein in Ingolstadt Escape Room Frankenstein in Ingolstadt Escape Room Frankenstein in Ingolstadt in Ingolstadt Escape Room Frankenstein in Ingolstadt in Ingolstadt in Ingolstadt in Ingolstadt